Das ist der neue Geheimraum in Roblox Brokehaven und ich werde euch zeigen, wie ihr dort reinkommt. Als erstes müsst ihr dieses Haus hier spawnen, dann müsst ihr in das Haus reingehen und in den Keller laufen. Damit dieses hier gut funktioniert, müsst ihr unbedingt den Kanal abonnieren und das Video liken. Oha, Leute, habt ihr das gehört? Dann müsst ihr wohl den Kanal abonnieren und das Video liken. Als nächstes müsst ihr hier hinten auf diesen Knopf drücken, dann müsst ihr nach unten gehen in diesen Geheimraum. Jetzt müsst ihr euch auf diesen Stuhl setzen und einen Laptop in die Hand nehmen, bis der Laptop rot wird. Dann müsst ihr dort oben auf diesen Knopf drücken und hier hinten in die Ecke gehen. Dann schaut ihr hinter den Laptop und drückt auf diese Wand hier. Jetzt müssen wir zur Agency hinter die Tankstelle fahren. Hier müsst ihr nun das Licht ausschalten und dann auf diese blaue Box klicken und als Passwort Marcus Brokehaven eingeben. Und jetzt sollte hinter euch ein geheimer Raum auftauchen, von dem niemand weiß. Liken und abonnieren nicht vergessen!